mal hier unter mir, hier du hast ein secret gefunden? secret es ist area course, unlocks hard and very hard areas was ist das denn hier? mies, ey das ist richtig mies ich schlaße mal bis zu einem bestimmten Punkt und dann sterbe ich sag mal, da muss man da weiter, da, da, da hoch nee, das das kann doch gar nicht gehen komm wir bauen, ich kriege das einfach ab das kann gar nicht gehen, oder? ich hoffe, ich habe das einfach abgebaut und jetzt, wohin jetzt? keine Ahnung das kann man auf jeden Fall nicht schaffen das kann man auch nicht man kann nicht von diesem Kaktus bis nach hinten springen wobei, das kann man nicht springen keine Ahnung, warum hast du mir das abgebaut? dann kann man nicht mehr und in dieser Kiste ist, äh, Lime-Wool drinnen Alter, wer hat den Kaktus jetzt? das war da drinnen das war da drinnen das ist tot sup und wie sollen wir denn jetzt hier weiter springen? ja eben, das geht nicht das geht gar nicht das geht gar nicht da fehlt ein Kaktus oder so hä? ja oder, oder nee, warte mal, warte mal man springt von der Leiter da? nee, das geht auch nicht, oder? warte, wo wäre denn überhaupt das Ziel, wo man hinkommen müsste? nein, wahrscheinlich ach, da oben da oben rein wo oben rein? warte, hier warte, nein, bau doch das noch nicht ab, du Lappen jetzt kommt man da nicht mehr hoch ja, das ist total verkackt genial ja, warte, komm doch mit Sicherheit, warte mal nein wir haben nichts mehr zum draufbauen ja, super, wir haben nichts mehr zum draufbauen ja, super, wir haben nichts mehr zum draufbauen jetzt ohne Scheiß ja, Marvin hat's, ich hab's extra einen kaputtgebracht und Marvin macht den zweiten kaputt ja, ich hab's jetzt hier ja, wie ist denn Justus da hingegangen? ey, du hast du dich geteleportet, wirst du? nein, ich hab die Tür abgebaut loll was hast du gemacht? die Tür abgebaut mit der Tür abgebaut mit der Hand, oder was? na, mit einer Diamant-Schwitz-Sacke sauber ja, irgendwie kommen wir ja alle nicht weiter wir müssen ja nicht tun sollen ne checkpoint was ist denn das hier für eine Kacke? ganz einfach ey, die sind alle für'n Arsch hä, wie, was muss man da besonders machen? ja, wie macht man das? ey, du, geh mal weiter zurück ne da ist der Leiter on this side ich kenn das Zeug nicht da ist keine Leiter warte ich, ich versteh das Prinzip auch irgendwie nicht du musst auf dem, auf dem Gas abspringen da auf dem weißen du musst hinrennen und auf den weißen abspringen ich hab's auch nicht gehört, ich bin einfach zum Jackball gegangen warte mal ja, so hab ich's auch gemacht ja, warte ich ich schaff das jetzt noch ach, Alex wollen wir irgendwie ein anderes Level nehmen oder werde ich mit diesem irgendwie alle für'n Arsch ja, das ist jetzt grad wirklich ein bisschen für'n Arsch hier ich hab's eigentlich nur beim ersten Mal versucht äh, geschafft hey, Umo, wie kommt man da jetzt weiter? warte mal, war das zu schwer? hä? hey hey, ich hab's schon wieder geschafft beim zweiten Mal hey, sag mal warte mal runter also man muss jetzt da auf das weiße springen, oder wie? ja genau, du nimmst von da hinten auf sauber lolle nimmst von hinten einen Anlauf und ich glaub man kann sogar so ey, das hat Justus glaub ich gerade gemacht oder? ne, ne, das geht nicht jetzt da hast du W gedrückt, das sieht anders aus als ob man da rüber rennt ja, ja einfach, darf los rennen eben, wenn du im richtigen Moment abspricht, halnest du genau auf dem weißen, was der hat einfach gedrückt dann, kommst du irgendwann rüber nimm Anlauf ja, okay ja, wollen wir irgendwie eine andere Level nehmen? die Scheiße und hier ist, die soll irgendwo Leiter sein ich weiß nicht, wo die sein wird alter Vater, ey hier ja, nein, die kommt immer noch nicht hoch Leute, wo seid ihr? hier da unten, hier, ich seh sie wo seid ihr? hier das kann ich nicht ja, klar das ist eine man, wer schubst du mich runter? wer war das? ich war das nicht nein, ich hab'n geschubt nein werden wir mal ganz genau beobachten hör doch auf du Lampel der wollte mich treffen wahrscheinlich oh nein so wow wie kann man das eigentlich im Server aussch... ne, wir wollen ja was abbauen ne, falls uns irgendwas richtig gar nicht gefällt das Jump ist hart lol, beim ersten Versuch das ist doch nicht hart mit die Flachsen ne, ich schaff's nicht hä, wieso fall ich dann runter obwohl ich Shift gedrückt halte was ist das denn? und so weiter war ziemlich hart muss ich schon sagen if you fail, look behind you ok, willst du den Anlauf nehmen? der Jump ist doch nicht hart hey, sag mal if you fail, look behind you will mich jemand verarschen jetzt gerade? ok, verstehe if you fail, look behind you ja hier ist ein Leiter, mach du ach fuck, ich hab den Endpunkt nicht geschafft wo seid ihr denn jetzt schon wieder? ok ich glaub's ach so, ne, Alex ist jetzt hier vor mir ja, weil ich grad im letzten Sprung gefehlt hab alter nein ok ach mach mir Bock irgendwie lustig net, soll ich da hinten hin? sieht so aus irgendwie lol, und dann fähle ich den schon hey 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 jetzt muss man alles wieder vor neu machen wieder oh lol, das ist ja echt brutal ok, das geht nicht just, just, wenn du jetzt fählst, musst du alles vor neu machen, ne? doch gibt's doch keinen Jackpot in der Nähe ne ist hier Glas drauf? ja ich mach einfach auf, Marvin, komm ne ja ok, doch, ich geh zu dem, wo ich runtergefallen bin hey, wo muss ich hier hin? ne rechte ich denn wieder hoch? nein, das ist immer zu, mein ist hier runter ey, 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 Marvin, wo muss ich hin? wo ist denn du? hier der da? if you fail, look behind you ja, hier, da, da ja, da drauf hier oben da warte, Alex, spiel immer zuerst danach zuerst da rein schade die biegen noch fallen, ne? ok war ok war ok und jetzt da rein, hier ok, läuft ja, toll was los? achso ja, du, hink ja, Alex, spring du erstmal, ja ja, dann spring ich zuerst toll, ich dachte ich spring viel weiter und bin nicht weit gesprungen ich bin grad an diesem Spielzeit 20 Sekunden dran und krieg's nicht gebacken ok, jetzt da auf diese Leiter alter, ich komm nicht in diesem kleinen Haus, ich bin in diesem Pferd gegen da komm, ich krieg's nicht gebacken wo muss ich jetzt hier weiter, da drauf, oder? Leute? guck mal bitte eben ey, ich komm da nicht hoch da muss ich drauf, auf die Leiter warte, ich guck mal, wo seid ihr überhaupt? wer bist du, dieser ja, ja bei Moida hier, ne? ja, genau, da, durch, da, genau wo die drei da sind ich komm diesem Pferd gegen das Haus nicht, also jetzt muss ich jetzt wieder von ganz vorne anfangen? ey, ja, ich glaub schon ganz gay, eigentlich wie, jetzt muss ich von ganz vorne wieder anfangen? ja, irgendwie schon das ist ja mal richtig gay, ey das ist ja mal echt richtig mega gay ey, das ist ja mal homo gay, ey also ich hab, also ich hab ungeschafft ja, ich auch wir gehen mal durch den Jackpoint, das ist auch zu lange du warst ja fast durch ah ja, ich war wirklich fast durch hier das seh ich jetzt aber auch nicht ein hier aber er hat doch schon wieder die scheiß Musik eingelegt ich hör keine hör keine geht's euch auch nicht mehr ich hab schon Hallus ok, ähm ach ich schaff den Latvon war nicht da genau, genau die gleiche vergleichen, da kann ich auch warten jetzt kannst du nicht schau hör mal weiter bitte, der Vormir sauber ey, kommt nicht alle nach, wartet erst bitte ja, äh, Alex, spring du mal irgendwie, weil ich ich, 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 ich bin das hä, what the fuck? ja, ich seh eh nicht ja, ich glaub so, ich seh ich spring ins Wasser nein, ich, ich spring nicht ins Wasser so einfach ist das ohne Spaß, Alter übertreibt mich hä? ja, das war ich nicht ha, 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 ha Mami ja auf ja, ja, ja kick Justus runter, kick kick Justus runter, kick Justus runter kick Justus runter Alter, Justus ist ja schon voll weit lass Justus runterkicken lass Justus runterkicken ich hab mich eh runtergekickt, da war ich genauso ne, weil ihr beide euch nicht einigen könntet aber ihr seid sehr homos sind wir quill jetzt schormt doch nicht alle nach, wir sehen doch nichts wenn wir alle auf einem Ding sind Leute ja, wir müssen das irgendwie echt nach einer Reihenfolge machen sonst ich mach halt einfach gar nicht nein irgendwann zu weit nein, 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 schade ich war aber schon relativ weit das ist schaffbar auf jeden Fall hört doch auf Alter, ohne Witz jetzt Mann nein, 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 nein ach, ich schaff ah, das, 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 das geht ey, der ist Sprung, ne, der geht mir auf die Eier welchen Sprung meinst du jetzt genau? äh, den von äh, den ganz einfachen, warte, welcher Alter, ist das schon viertel nach vier? nein, ah, fuck genau der, wo dir jetzt gerade beim Meuter runtergefallen ist ja, okay du kannst mich auch ruhig